Der Studiengang hat zwei Schwerpunkte. Zum einen einen theoretischen Schwerpunkt und zum anderen einen praktischen Schwerpunkt. Die beiden Schwerpunkte werden parallel im gesamten Studienverlauf behandelt. Im theoretischen Teil lernen die Studierenden die theoretischen Grundlagen das Handwerkszeug im Bereich Geschäftsmodelle, Recht und so weiter. Im praktischen Teil, in den praktischen Modulen wenden sie dieses erlernte Wissen dann direkt konkret an, an ihre eigenen Geschäftsidee entwickeln, ihre eigene Geschäftsidee, ihr eigenes Geschäftsmodell und gründen bestenfalls schon während des Studiums ihr eigenes Unternehmen.